Liebe Landwirtinnen und liebe Landwirte, ich begrüße Sie zu einem weiteren Beitrag im Rahmen der digitalen Versuchsfeldführung des LLH. Mein Name ist Wilhelm Möller, ich bin Pflanzenbauberater in Limburg und stehe auf unserem Versuchsfeld hier in Hünfelden-Daubern, welches wir gemeinsam mit dem VLF im Nassauer Land organisieren. Thema ist Wachstumsregler Einsatz im Winterweizen. Hinter mir oder neben mir die Sorte Solihio ausgedrillt am 25.10. des letzten Jahres mit 350 Körnern pro Quadratmeter. Ganz normal entwickelter Bestand, vorfruchter Winterraps. In den letzten Jahren haben wir uns beim LLH bei den Wachstumsreglerversuchen im Winterweizen primär mit Verträglichkeit von Mischungen, Wachstumsregler und Gräserherbizid beschäftigt. Im eingeblendeten Bild sehen Sie den Wachstumsreglerversuch aus dem Frühjahr 2017, ebenfalls hier in Hünfelden-Daubern, ebenfalls die Sorte Solihio. Die hellen Parzellen, auffällig hellen Parzellen, wurden behandelt in EC27 mit Broadway plus Formulierungshilfstoff plus Modustat. Sie sehen deutlich, dass Phytotox, also Pflanzenunverträglichkeit, Kulturunverträglichkeit zu sehen sind. Der Versuch wurde gedroschen und diese hellen Parzellen hatten einen Minderertrag von 5 Doppelzentner pro Hektar. Im Laufe der Jahre wurde festgestellt, dass es aber eben keine Regel gibt, dass man sagen kann, okay, wir unter den und den Bedingungen führen wir keine Wachstumsregler plus Herbizidmaßnahmen durch, abgesehen natürlich von Frostnächten. Dieses Jahr beschäftigen wir uns beim Wachstumsreglerversuch im Winterweizen mit einem anderen Thema. Einmal Wachstumsregler untereinander vergleichen in ihrer Wirkung und auch zwei neue Produkte, zwei Produkte, die als EG-Düngemittel offiziell zugelassen haben, aber einen pflanzenstärkenden, einen pflanzenvitalisierenden Effekt haben, nämlich die beiden Produkte Hardrock von der Firma Omnikult und das Produkt Silizium Libosol von der Firma Libosol. Beide basieren darauf, dass in den Siliziumstoffwechsel eingegriffen wird und wir dadurch eine erhöhte Ligninproduktion haben. Lignin soll den Zellwanddurchmesser, die Halmdicke verstärken und auch zu einer dickeren Zellwand führen. Wir haben zu zwei Terminen appliziert. T1 war der Termin zum Entwicklungsstadium 25, am 24.3. dieses Jahres. Bedingungen waren nicht ganz optimal. Wir hatten immer noch leichte Nachtfröste. T2 war der 31er, besser fast 32er Termin. Das war der 23.4. Der Termin in 31 hätte eigentlich früher appliziert werden sollen. Sie können sich aber erinnern, dass gerade Ende April wir noch Nachtfröste hatten, die erst Anfang Mai aufhörten und die Kulturen uns davon liefen. Auf dem eingeblendeten Bild sehen Sie die Haupttriebe von Pflanzen verschiedener Parzellen bzw. verschiedener Varianten. Eine Auswahl. Auf der linken Seite unbehandelt, ohne Wachstumsregler. Das ist die Variante 1. Die Variante rechts daneben die Nummer 2, Standardeinkürzung in 25, Zykozelvorlage in 31, knapp 32, Zykozelmodus Nachlage. Sie sehen eine deutliche Reduktion. Rechts daneben also die dritte Variante sind 05 ProDAX in 31 zum T2 Termin. Diese beiden Varianten, Variante 2 und Variante 3, sehen Sie, haben den besten einkürzenden Effekt gehabt zu diesem Zeitpunkt, als ich die Proben genommen habe. Das war EC 39. Wir hatten ungefähr eine Einkürzung von 8, 9 Zentimeter. Die vierte Variante ist die dritte Variante des ProDAX nachgestellt mit den, ProDAX ist ja eine Fertigformulierung und wir haben die beiden enthaltenen Wirkstoffe in gleicher Höhe nachgestellt mit Fabolis plus Calma. Also zwei Wirkstoffe gemischt, um das mit ProDAX zu vergleichen. Dieses Jahr, an diesem Standort, war die Wirkung etwas schlechter in 39. Die fünfte Variante ist Hardrock, 1 Liter in 31, das EG-Düngemittel, was ich eben angesprochen habe, plus halbe Menge ProDAX. Und die sechste Variante, also auf der rechten Seite, ist eben Libosol, Silizium mit einem Liter plus ebenfalls 0,5 ProDAX. Das heißt also, wir haben ProDAX um die Hälfte reduziert und haben jeweils entweder Libosol, Silizium oder Hardrock zugegeben. Sie sehen an der Pflanzenlänge, dass diese Varianten auch weniger eingekürzt haben, als wir das bei Variante 2 und 3 sehen. Ich habe jetzt hier noch zwei Varianten angehangen und da stehe ich auch dazwischen. Zu meiner linken ist die Variante in 31, Zykozel plus Atlantis Flex plus Formulierungshilfstoff. Sie sehen im Vergleich zu der Variante, die rechts von mir steht, man sieht dort den Höhrenunterschied noch. Hier haben wir das Atlantis Flex kombiniert mit einem Liter Hardrock. Das wäre eben auch eine wachstumsregulatorische Maßnahme. Und wir sehen, dass wir eben hier mehr Phytotox-Effekt haben. Das heißt, das Atlantis hat hier mehr eingekürzt, als es hier mit dem Hardrock in Kombination gemacht hat. Das nur noch mal so ein Nebeneffekt. Das habe ich angehangen an dem Versuch. So, das soll es zusammenfassend gewesen sein. Das Problem dieses Frühjahr war herausfordernd in Bezug auf den Wachstumsregelereinsatz, da wir zum einen während der Schossphase sehr kühle Temperaturen haben und für so Mittel wie Modus oder Prodax oder Fabolis eben auch Temperaturen brauchen und Strahlungsintensität und vor allen Dingen kein Nachtforst. Das ist die eine Herausforderung. Die andere war, dass wir eben jetzt durch die Niederschläge noch Mineralisation haben. Wie werden Sie auf den Laufenden halten, wie der Versuch ausgehen wird, ob Bestände ins Lager gehen und eventuell auch, ob es Ertragsunterschiede gibt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, drücke Ihnen die Daumen für eine gute Ernte und vor allen Dingen, dass Ihr Winterweizen stehen bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank.